Gleich noch Fleisch bei 180 Minuten aus. Leckert. Timed out. Ich hoffe, ich wurde jetzt nicht gedosed. Doch anscheinend schon. Joloi. Liebe Zuschauer von Melee Games und... Ja, von Melee Games. Diesmal eine... die 11. SG-Runde, soweit ich weiß. Ja, die 11. Ich bin auf dustmc.net. Mein zweiter Account, Keks Returns. Ich hab nur ein Skin. Ist ganz nice. Ja, das ist dieser scheiß Bug. Ja, also wir spielen eine Runde SG. Falls ihr mich... wenn ihr mich sprechen hört... Habe ich das Video kommentiert hochgeladen. Falls ihr eine Musik hört, wie gesagt, hat er unkommentiert. Aber ich muss mich halt... Ich bin schon... Also ich... ich... Jetzt ja nachher sehen wir wieder, ne? Also ich bin noch nicht sicher. Jetzt schad mich noch dazu, Entschuldigung. Müsst du aufstoßen, ja. Ich guck mal, ob die Runde was wird. Ich denke, ich werd die einfach so hochladen, wie sie ist. Einfach... Na, egal wie scheiße sie ist. Ich werd sie einfach hochladen. Normalerweise mach ich sowas eher nicht. Falls ich die finale sterbe, schon. Aber falls ich irgendwie am Anfang getargete werde, ich werd sie hochladen. Falls ich nachher der ersten 3-4 Minuten sterbe, mach ich das auf jeden Fall noch eine Folge. Aber wenn ich so 10-15 Minuten sterbe, dann... Ja, übrigens mal noch und so weiter. So, mit dem Fade Protection Pack mit... ...geänderten Partikeln. Kann man das schon sehen. Ne, so einen krassen Ping hab ich nicht. Sorry. Jetzt holen wir uns mal die Kiste in der Mitte. Oh, der Loot-Skills, also richtig... ...richtig verschissen. Naja, Leute, egal. Zack. So, das ist mal ne kleine Route, sag ich mal. Also, ich geh hier... Wenn ich hier lang gehe... ...und auf einmal, wo ich spawne, dann geh ich halt hier lang. Wenn man entwickelt auf der Map schnell mehrere Routen, weil... ... man halt nicht immer am gleichen Spawnpunkt spawnt. Oh, lol. Die sind verkackt. Ein bisschen reingeschissen, sorry, Leute. Ich brauche jetzt ein Schwert, weil der hat schon Gold... ...das Panzer, wie ich sehe. Warte, ich will's wegschmeißen. Warum kann ich das nicht wegschmeißen? Ich... Ähm... Okay, das kann ich wegschmeißen. Ich... ...ich versteh's nicht. Ich glaub, die Runde wird nichts. Die Runde wird, glaub ich, nichts. Obwohl... Okay, schon ganz gut, Großpanzer. Würde ich sagen... Uiuiui, schnell weg hier. Ich hab nämlich nichts an Rüstung. Ohaah. Fest dich bitte. Gib mir die Dinger wieder. Pack fest, okay. Oh, Leute, ich finde einfach nichts. Hm. Ach, Mann, oh, das ist doch Kacke. Ähm... Ich kann ein paar Themen ansprechen. Es kommt. Wir machen am Samstag, wenn nicht alles täuscht... ...wenn alles... ...weiß noch einer... ...wenn alles richtig... ...verläuft, machen wir ein CW. Und vielleicht würde ich den sogar aufnehmen und... ...hochladen. ... 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